Hallo, Engel. Madison Lee. Wieso? Warum ein Engel sein, wenn man Gott spielen kann? Da hat wohl eine der drei Amigas Adios gesagt. Ola. Willkommen zurück, Dylan. Du bist ein ganz typischer rebellischer Fisch. Du willst immer nur beweisen, wie tough und unabhängig du bist. Dabei bist du nicht einmal einen Tag allein klargekommen. Jemand hat mich daran erinnert, dass jeder Engel einzigartig ist. Und da wusste ich, dass du es bist. Wer sonst hat Kontakte in die Mongolei? Könnte die Halo-Sicherung knacken und würde einen Surfer als Killer anheuern? Dasselbe astrologische Phänomen, das einem Motocross-Fahrer mit einem Löwen auf seinem Helm den Namen Leo geben würde. Wirklich sehr gut gemacht, Engel. Einfach überzeugend, wirklich. Tja, ihr habt es tatsächlich rausgekriegt. Und jetzt werde ich es richtig genießen, den Engeln den Heiligenschein runterzuholen. Aber du bist ein Engel. Nein, du blickst es einfach nicht. Ich nehme keine Anweisung mehr von einem Lautsprecher entgegen. Ich arbeite auf eigene Faust. Tja, und die kriegst du gleich in die Fresse. Ah, die Aufmischer-Formation der Engel. Ich muss zugeben, euch so zu sehen lässt sogar in mir Wehmut nach den alten Zeiten aufkommen. Damals liefen die Uhren noch etwas anders. Wisst ihr, als ich ein Engel war, hatten wir Kanonen. Sorry, Charlie. Bis zum nächsten Mal.